Hallo, hier ist der Kai Schimmelfeder und an dieser Stelle möchte ich Sie recht herzlich einladen, uns live zu erleben am 7. Februar 2018 zum Vortrag Förderdschungel bzw. das Thema ist dann Förderdschungel, wie Unternehmen Zuschüsse und Förderprogramme einfacher beantragen können. Diesmal sind wir im Süden von Deutschland und zwar in Ehingen. Ehingen hat die Postleitzahl 89584. Dort sind wir und zwar starten wir um 18 Uhr, wenn Sie also dann teilnehmen möchten, live vor Ort, nicht online, sondern live vor Ort in Ehingen um 18.30 Uhr, dann sind Sie am besten um 17.30 Uhr schon da, dann können wir uns ein kleiner Mal kennenlernen. Und wir sind in Kooperation mit dem Wirtschaftsrat Deutschland dort und zwar bei der Firma Tries und der Herr Tries selber, Mitglied der Geschäftsleitung, wird uns auch dort begleiten. Das heißt, Sie können den Betrieb kennenlernen, Sie können Herrn Tries, die Geschäftsleitung, die Mannschaft kennenlernen, hat selber Erfahrung in dem Bereich Förderprogramme. Das ist ein sehr starkes Unternehmen, Thema Umweltschutz, das Sie selber nutzen und das ist natürlich fantastisch für Sie als Teilnehmer. Sie können das mal live dort miterleben. Was machen wir an dem Abend? Wir werden uns um das Thema weiter nicht nur Umweltschutz kümmern, sondern auch Digitalisierung, Nachfolgeinvestitionen im In- und Ausland und einfach weitere Investitionen, wie man diese mit Förderprogrammen für Unternehmen in Deutschland, also für den deutschen Mittelstand, einfacher nutzen kann. Ich selber halte diesmal den Vortrag dort in Helingen. Es ist mir eine besondere Freude, dort zu sein und wenn Sie mich kennenlernen wollen, live oder wiedersehen wollen, dann freue ich mich, wenn Sie sich anmelden. Anmeldung ist ganz einfach und gebührenfrei. Teilnahme ist kostenlos und für Speis und Trank hat die Firma Tries sogar gesorgt. Das heißt, hier schon mal einen recht herzlichen Dank an diese Firma. Wirklich ein sehr angenehmes Unternehmen und es wird Sie begeistern, dort zu sein. Also Anmeldung ist ganz einfach. Veranstaltung-Bavu-at-Wirtschaftsrat.de steht hier. Steht aber auch in dem Veranstaltungsflyer. Können Sie hier nutzen. Ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse Veranstaltung-Bavu und Bavu ist B-A-W-U-E-at-Wirtschaftsrat.de. Also Veranstaltung-B-A-W-U-E-at-Wirtschaftsrat.de. Sagen Sie, dass Sie am 07.02.2018 dort teilnehmen wollen, dann bekommen Sie dort auch Nachricht für den weiteren Ablauf. Wie gesagt, Veranstaltung ist für Sie kostenfrei eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch live erscheinen. Dann können wir ein bisschen plaudern über die Zukunft und was wir mit Förderprogrammen vielleicht gemeinsam machen können in Deutschland und das wird Sie begeistern, weil Sie dann einen schöneren Durchblick bekommen, was das für Sie bedeuten könnte und welche Vorteile Sie davon haben. Also recht herzliche Einladung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage auf Wiedersehen und freue mich, wie gesagt, wenn Sie sich an dieser Teilnehmereinheit dort blicken lassen. Also bis dann. Ciao.